Das ist Sonja. Sonja arbeitet in einem Krankenhaus in der Logistikabteilung. Logistik in einem Krankenhaus? Ja, in einem Krankenhaus müssen sehr viele unterschiedliche Güter transportiert werden, damit die Patienten bestens versorgt werden und die Mitarbeiter in ihrer täglichen Arbeit unterstützt werden. Bettwäsche, Handtücher, fertige Speisen und Getränke, Arzneimittel, Lebensmittel zur Essenszubereitung, Abfall müssen in Wäschewagen, Speisewagen, Apothekenwagen, Abfallbehältern, in Kisten und auf Paletten von A nach B bewegt werden. Sonjas Chef hat ihr die Aufgabe gegeben, diesen internen Materialfluss effizienter zu gestalten. Sonja hat eine Idee. Sie möchte ein Routenzugsystem einführen. Einen kleinen internen Logistikzug, der aus Zugfahrzeug und Anhängern besteht. Sonjas Chef gefällt die Idee. Doch Sonja hat ein Problem. Es müssen viele verschiedene Größen an Wagen, Kisten und Paletten transportiert werden. Auf der Strecke gibt es enge Kurven und nur wenig Platz. Außerdem muss der Zug auch draußen zwischen den Gebäuden fahren. Sonja findet keine passenden Anhänger und ist am Verzweifeln. Muss sie aber nicht, denn dafür gibt es MWM, die Routenzugfactory für bewegende Lösungen. Im Gegensatz zu vielen Anbietern auf dem Markt passen wir unsere Anhänger an Sonjas Bedürfnisse an. Wir suchen den Anhänger, das Lenksystem und die Ausstattungsoption genau passend für Sonjas Problem aus. Mit unserem Taxi-Liner kann Sonja durch unsere All-in-One-Lösung unterschiedlich große Behältnisse mit einem Anhänger transportieren. Aus unseren Optionen suchen wir für Sonja eine Verkleidung des Taxi-Liners sowie eine Anhängerbeleuchtung aus. So kann der Zug draußen bei Wind und Wetter und im Dunkeln zwischen den Gebäuden fahren. Sonja ist erleichtert. Sonjas Chef ist zufrieden und die Mitarbeiter des Krankenhauses werden bestens für die optimale Versorgung der Patienten unterstützt. Und wir bei MWM sind glücklich. Sie kennen Sonjas Situation? Melden Sie sich einfach bei uns. Wir suchen nach der passenden Lösung für Sie.